Grüß dich Leute! Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Transport Fever 2. Heute geht es weiter. Wir werden heute schauen, dass wir hier in Kanada weiter mit der Hauptquest gehen. Jetzt wollte ich sagen Nebenquest, aber nee, wir schauen, dass wir erstmal bei der Hauptquest was machen, weil so weit schaut es einigermaßen gut aus von dem, was hier ist. Und auch die Finanzen schauen jetzt, sagen wir mal, nicht so wahnsinnig schlecht aus. Von daher hier die Tram Edmonton ist so ein bisschen... Ich sag mal so, wir könnten sie vielleicht so ein bisschen kürzen. Im Sinne von, dass sie so einfach fährt, was wir vielleicht sogar machen werden an der Stelle. Ah, ich will... Ich lass mich immer... Ich lass mich immer side-tracken. Aber... Ja, Moment. Welche der Haltestellen sind okay? Das heißt... Okay, weißt du was? Dann machen wir folgendes. Und zwar, wir lassen den Bus statt Tannenweg... Lassen wir ihn hier und hier fahren. Genau. Und jetzt... Machen wir die hier weg. Ja gut, dann ist das hier auch ein bisschen blöd platziert. Aber das macht nichts. Wir gehen mit dem Tramgleistool jetzt hier noch einmal ganz kurz rüber. Und zwar Werkzeuge. Tramgleistool. Okay, so. Das ist Gott sei Dank auch relativ easy. Ja, ich weiß, dass die Linienführung dadurch jetzt komplett im Sack ist. Was ist eigentlich mit dem da? Hier hält der Bus, glaube ich, auch nicht an. Von daher... Brauchen wir die auch nicht mehr. So, und jetzt schauen wir... Dass wir die Straßenbahn... Stattdessen einmal so, so, so... Und hier so einmal im Kreis fahren lassen. Das sollte jetzt so einigermaßen passen. Weil ich hoffe, dass wir dadurch den Bus ein bisschen trotzdem entlasten. Und aber nicht so wahnsinnig... Probleme dann bekommen. Zweimal hier. Und einmal hier. Und dann können wir das eine Ding hier weg machen. Genau. Und jetzt müssen wir nur noch die Straßenbahn so ein bisschen anpassen. Und zwar hier rum. Tram Edmonton. Wir machen die, würde ich sagen, jetzt ziemlich neu. Einzig und allein hier. Wobei... Starten wir mit der hier. Friedhofstraße. Den Rest gehen wir jetzt weg. Und dann würde ich sagen, geht's einfach chillig. Daher, daher, daher. Und schon sollte das alles einigermaßen passen. Okay, ihr zwei seid gerade ein bisschen geschissen. Eins und fünf. Das heißt, wir verkaufen einmal ganz kurz. Komm, meldet fünf jetzt auch ein Problem. Habe ich das falsche verkauft? Macht nichts. So. Das sollte jetzt trotzdem passen. Okay. Das wollte ich nur an der Stelle machen. Jetzt. Äh, der Ölsandabbau funktioniert. Das heißt, hier in der Ölraffinerie können wir ohne Probleme, weil die lagern hier offenbar ja ab, können wir jetzt ohne Probleme Öl an einen Abnehmer liefern. Und ich würde sagen, das Geschickeste ist hier Fort McMurray, weil das ist saunah. Ja. Und vor allen Dingen, Athabasca braucht keins und Edmonton würde eins brauchen. Edmonton würde eins brauchen. Die Sache ist, wir könnten natürlich jetzt hier einen Güterbahnhof machen und den hier rüber fahren lassen, den dann hier rein schubbeln, vielleicht sogar auf dem Nebengleis, und dann hier halt rumfahren lassen. Oder alternativ, wir machen eine, ja, wobei, da müssen die hier halt wirklich komplett durch, durch die Stadt, das ist jetzt auch nicht das Gelbe vom Ei, übrigens diese Straße, äh, wurscht, ähm, eine von den Straßen sollte keine von diesen Art von Straßen sein, fällt mir grad mal so auf. Drei werden entfernt, drei werden entfernt, okay, dann machen wir den hier, machen wir das so, weil meine Idee ist, vielleicht können wir es machen, dass wir sogar ein paar LKWs nach Edmonton schicken, aber das ist halt wahnsinnig weit. Etabasca Güterfabrik, die, die brauchen, oh, die brauchen auch, oh ne, dann ist ja viel geschickter, dass wir die hier und hier hin bringen, und dann die Sachen, die Güter darüber und das Brot, wer braucht ein Brot, Brot brauchen die dann wieder. Okay, da ist jetzt alles grad ein bisschen geschissen. Wir fangen mal klein an, und machen mal ganz kurz diesen hier, und liefern ein paar von den Öldingern hier rüber. Ach, und damit würde ich sagen, passt das. Ähm, die meisten, so, wenn wir hier so, wenn wir das hier so machen, ist es, glaube ich, am mitgeschicktesten, oder? Hier so, gegenüber von dem, schaut gut aus, wenn wir das hier so machen. Ja, alright. Dann, LKW, unseren ersten, äh, nicht ersten, aber unseren zweiten, und den ersten, der wirklich was bringt, also hauptquestechnisch jetzt, ähm, und zwar LKW, Öl, genau, Öl, Öl, Ford, Ford McMurray, das heißt ja, Ford McMurray, genau, also Ford MM ist, also FMM ist Ford McMurray, ich werde in mir wahrscheinlich in zwei Stunden, oder, realistischer gesehen, zwei Minuten wahrscheinlich, denken, hä, was, wovor steht ein FMM, hä, was ist denn das jetzt für ein komischer Schritt? So, ähm, genau den hier brauchen wir dann, auch hier sind außerdem gerade LKWs sogar drinnen. Sache ist, ich glaube, eine von den größeren LKWs, also der hier, 36, ach so, ne, die kann ich ja eh nicht brauchen, ich brauche entweder den, oder den, 36,19, ja, den brauchen wir dann vielleicht, um das hier nach Edmonton zu bringen, aber die kleinen reichen jetzt erstmal für Ford McMurray, wa, was? Äh, was? Jetzt habe ich den auf Bus Ford McMurray ertümlich gegeben, wa, warum geht das nicht? Äh, Bus Ford McMurray, äh, braucht keine LKWs, bitte. Warum kann ich hier, hä, die kann, Moment, hä, bin ich grad dumm? Oh, die können auch Öl transportieren. Die, die können nur mehr Öl transportieren. Kann ich alle auf das hier schicken? Und jetzt schicke ich einfach die anderen beiden, die eben das nicht so gut können, und zwar die beiden hier, schicke ich wieder zurück, oder kann sie auch verkaufen. Und das müsste jetzt eigentlich so funktionieren. Hoffe ich jetzt mal. Ja, hier wird schon gut produziert, wunderbarstens, und ich glaube, wir werden tatsächlich das jetzt hier auch noch mit dem, mit dem, mit dem großen LKW dann hier rüberbringen, und zwar einmal hier und einmal hier. Ich glaube, das wäre noch mit das Intelligenteste. Ich meine, ja, wie gesagt, ich kann es mit dem Zug machen, aber mit dem LKW ist dann, glaube ich, doch ein bisschen intelligenter, oder? Weil LKW, halt mit dem, dass der Zug sich da lohnt, na, da müsste ich dann halt noch entweder, entweder ich baue gleich hier dann einen Güterbahnhof hin, oder ich müsste ihn dann hier rüber transportieren und dann hier einen Güterbahnhof so hinbauen. Die sind auch einigermaßen voll, das ist gut. Und die sind auch einigermaßen verteilt, sage ich jetzt einmal. Würde ich sagen, passt soweit. Na gut, dann würde ich sagen, an der Stelle, äh, in der Reform hier, jetzt sagt der Öl an einen beliebigen Abnehmer. Ist Fort McMurray, wobei, wobei, die sind wahrscheinlich noch nicht, genau, die sind jetzt erst beladen worden. Also dafür brauchen wir noch ein bisschen. So, du drehst jetzt gleich nochmal um, übrigens, damit die so ein bisschen mehr verteilt sind. So, ja, ich glaube, ich wäre, oh, und hier brauchen die auch für Plastik. Moment, und was, was bringt mir Plastik? Wird Plastik in auch irgendwas umgewandelt? Weil ich sehe hier ehrlich gesagt kein Plastik. Abwasser ab, Leute, stille. Ich sehe kein, ich sehe kein Plastik, das gebraucht wird, für irgendwen. Oder für irgendwas, beziehungsweise Chemiefabrik. Oder ist das dann einfach, okay, das Plastik wird dann einfach verschluckt. Oder für einen Export oder irgendwas, keine Ahnung. Aber ich glaube, wie gesagt, es wäre sehr sinnvoll für, zumindest die Güterfabrik hier das zu machen, damit wir Edmonton und Athabasca dann mit Gütern versorgen können. Entsprechend werde ich hier einmal ganz kurz eine kleine Landstraße ziehen. Mit dem richtigen Tool natürlich. Hier übrigens eine Ampel, ähm, blau, ja, nee. Ah, Öl geliefert. Seit die Ölsande von Athabasca entdeckt worden sind, erlebt die Gemeinde vor McMurray einen beispiellosen Aufschwung. Die Ölindustrie schafft laufend neue Arbeitsplätze und bietet so zahlreichen Familien ein Auskommen. Die Jobs sind gut bezahlt und heiß begehrt. Laufend pilgern Menschen aus ganz Kanada hierher, um sich niederzulassen. Um die Mitarbeitenden und ihre Autos zu schonen, bietet deine Firma einen einzigartigen Service an. Die Leute werden mit dem Bus zu ihrer Schicht gebracht. Okay, bringe Arbeitskräfte zur Raffinerie. Okay, das sollte jetzt ziemlich easy sein. Und zwar, wir machen einfach hier eine Bushaltestelle hin. Äh, Bushaltestelle, genau. Einfach so hier so. Top. Und jetzt hauen wir halt einen von den Bushaltestellen. Am besten gleich den hier. Oder zumindest, dass wir so in die Richtung sind. Genau. Jetzt machen wir den hier und da machen wir jetzt, äh, Personenbeförderer. Und zwar Bus- Arbeiter. So. Und der bringt die Leute jetzt ganz getillt von hier nach da. Wie schaut's mit den Bussen in Fort McMurray aus? Wie machen die denn in Edmund ein Minus, wenn die so hart besiedelt sind? Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht wegen Stau. Das müssen wir uns anschauen. Aber nee, der hier in Fort McMurray geht einigermaßen. Das heißt, wir holen einen neuen Bus. Und zwar einen, der möglichst viele Passagiere fassen kann. Das ist eh der. 100 kmh bringt er außerdem drauf. Dann einmal für die Arbeiter. Gut. Ja, wie gesagt, jetzt schauen wir mal, ob das hier wegen Stau ist. Okay, also es staut doch ziemlich heftig hier rein. Wie umgehen wir das, dass das hier so hart staut? Hm. Das ist jetzt eine echt gute Frage. Wir könnten das hier in eine zweispurige Einbahnstraße verwandeln, aber nur bis hierhin. Äh. Wir könnten das hier in eine zweispurige Einbahnstraße, aber die geht halt nicht durch. Wir könnten das hier in eine Einbahnstraße in die Richtung und das hier in die andere Richtung machen. Das würde auch mit dem nicht so großartig was verändern. Ja, dann machen machen wir das vielleicht. Schauen wir mal, ob das was bringt. So, Straße, zweispurige Einbahnstraße. Bitte einmal das in die Richtung. so, bis hierher und jetzt die in die Richtung. Okay, irgendwas ist da gerade. Genau. Wer hat jetzt damit ein Problem? Die Straßenbahn? Tram Edmonton meldet Problem. Es können nicht alle Haltestellen verbunden werden. Hä? Wie jetzt? Warum kannst du nur nicht verbunden? Hä? Oh, hä? Die fährt auf der Fall... Ist es das euch denn einfach auf der falschen Straßenseite gewesen? Bin ich dumm? Keine Warnung. Okay. I take it. Hier warten immer noch einige Leute. Warum fährt denn der Bus jetzt eigentlich so? Oh, ich glaube, die Einbahnstraßen machen, hat das alles hier ein bisschen... ein bisschen seltsam werden lassen von der Linienführung her. Ja, ich werde übrigens schauen, dass ich den Bus nicht hier rum fahren lasse, sondern hier rum. Ähm, wie machen wir das am besten? Ich würde vorschlagen mit noch einer Haltestelle wahrscheinlich ja nicht, sondern einfach mit einem Wegpunkt. Genau. Und zwar einmal hier rum. Bus Edmonton, Schulstraße und dann hier rum, bitte. Oh, 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 ne, hier brauchen wir noch keine doppelte Einbahnstraße, würde ich jetzt mal... Oder brauchen wir doch da eine? Ah, dann geben wir die hier, die Haltestelle einfach hier in die Nebenstraße. vielleicht macht es dann eh automatisch das, was ich möchte. Das wäre zumindest ganz nice. So, Schulstraße brauchen wir da nicht, dann nehmen wir hier und jetzt fährt er trotzdem so ganz weird. What the fuck? Warum willst du unbedingt da rumfahren? Oh, weil das hier auch ne... Ich verstehe. Okay, das kleine Stückchen braucht... Das kleine Stückchen kann ruhig eine große normale Straße werden. Genau sowas. Genau sowas. Das ist gut. Dadurch funktioniert das auch. Jetzt brauchen wir vielleicht den auch nicht mehr. Ah, jetzt brauchen wir den gar nicht. Nice. Sehr schön. Perfekt. Gut, dann würde ich sagen, hier warten echt viele, aber das kriegen wir hin, sage ich jetzt mal. Oh, dadurch fahren jetzt viele hier rum. Wirklich so viele, die da rumfahren? Warum bleibt sie hier stehen? Idioten. Das weiß ich jetzt nicht genau, warum die da stehen bleiben. Das geht mir nur ein bisschen am Sack. Okay, und hier, ja, ich weiß nicht, ob es so sinnvoll ist, hier eine Ampel hinzubauen. Und ich weiß vor allen Dingen nicht, ob es dann nicht sinnvoll wäre, ich hier die Straße weil die das ist jetzt echt so ein bisschen geschissen. Das weiß ich noch nicht, wie wir das lösen. Warum wollen jetzt hier keine Arbeiter fahren? What the fuck? Und hier? Ah, hier wollen doch Arbeiter fahren. Hier, Busarbeiter, einer will schon. Okay, das ist dann natürlich wieder sowas. Ich mache das extra hier bei dem Ding, dass die auch von woanders zu reisen können, aber ja. Vielleicht sollte ich hier zwei Abfahrten machen. Wobei, ne, die stehen halt da alle. Warum machen die hier so so eine Pause? Verstehe ich nicht ganz. Das ist eher geschissen. vielleicht mache ich eher Oh, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, die vielleicht kacke ist, aber vielleicht auch gut. Bräuchte ich hier die Ampel nicht. Wir probieren das mal, weil hier ist gerade zu viel Stau für meine Verhältnisse, für meine Begriffe. So, und zwar jetzt brauchen wir Straße und zwar eine ja gut, mittlere Einbahnstraße und zwar da lang und dann noch da lang, genau. Nein, in die andere Richtung, genau. Und jetzt machen wir hier folgendes. erst mal hier ein paar Bäume wegreißen, am besten mit dem hier haben wir gelernt, dass das am geschicktesten ist, und zwar Radiergummi Maltool, genau. Jetzt machen wir nämlich hier einen Kreisverkehr hin, der Gott sei Dank schon vor gefertigt ist, mit einem bisschen größeren Radius und mit zwei Spuren. und jetzt machen wir folgendes, wir geben einmal hier die ähm okay, wie machen wir das jetzt? Machen wir das einmal so und einmal so geht das von würde das auch schöner gehen, sage ich einmal. Definiere schön in dem Fall. Okay, ne, ähm wir machen das mit normalen Landstraße, die hier what the fuck die hier so reingeht, das wird schon passen und jetzt machen wir hier eine mittlere Einbahnstraße hier so rüber, die können wir ruhig ein bisschen würde ja nicht so ja so und jetzt machen wir von hier drüben und das ist falsch rum und zwar machen wir jetzt diesen hier und dann machen wir diesen hier und lassen das jetzt hier in diese Straße rein und zwar brauchen wir dafür so mal und jetzt so einmal rüber und hier das kann eigentlich mal weg und so sehr schön das müssen wir hier noch ein bisschen anpassen nein nicht mit dem sondern mit dem ich weiß nicht warum das so verbuggt ist mit diesem tool aber es gefällt mir ehrlich gesagt gar nicht so hier das zumindest ein bisschen nach was aussieht so gut enough sag ich jetzt mal und let's see wie das Ganze so funktioniert ich bin gespannt wie das hier ist ich hätte ich würde das gerne so übereinander drüber fahren lassen weil das hier ist jetzt echt blöd ne kreisverkehr ist dafür echt blöd wir kriegen die rechte spur hier rüber und die linke spur dahin eigentlich nur mit einer brücke wirklich sinnvoll würde ich jetzt mal behaupten weil das ist nicht das wahre ich glaube das sinnvollste ist wirklich oder kann man kreisverkehr ich kann den radius halt groß machen dadurch könnte ich die woanders aber es bringt auch nichts es bringt halt nichts ich würde sehr gerne die einbahnstraße hier so ran bringen und jetzt hier die so hoch drüber bringen schau mal ob das funktioniert ok hübsches anders sag ich mal aber man sagt ja auch es kommt nicht nur auf das äußere an von daher wenn das jetzt nicht so ganz geschissen hässlich wäre ich echt dankbar dafür deswegen machen wir mal folgendes es wird das hier und das ist jetzt wirklich vielleicht ein bisschen penibel was ich hier mache aber dass ich das hier so runtersetze und jetzt dafür das hier so rüberfahren lasse oh er ist schon hässlich aus schon hart hässlich aus macht das macht das vielleicht ein bisschen schöner spiel wäre das möglich dass es nicht ganz so hässlich ist bitte es ist immer noch so hässlich oh ja okay also das lass ich mir so einigermaßen noch einreden das lass ich mir einigermaßen einreden wenn das verkehrstechnisch funktioniert bin ich voll dafür ganz ehrlich wenn das klappt alles easy okay die fahren jetzt alle so ganz geschissen blöd da lang weil die halt alle woanders lang wollten deswegen machen wir vielleicht mal den hier weil dadurch lösche ich die ganzen Autos und kann die jetzt nochmal neu hier so the fuck kann die jetzt da hier nochmal neu verbinden und dadurch haben wir jetzt viele von den Autos uns erspart das machen wir hier jetzt auch nochmal ganz kurz damit eben hier nicht gerade so viel blöder stuff passiert warum gibt es eigentlich hier diese komische kleine kreuzung hier ist nichts das wollte ich so eigentlich nicht aber hey wenn es schon passiert ist dann schauen wir dass wir das beste daraus machen und zwar das ein bisschen schöner machen okay so das hier braucht dann eigentlich keine so eine Straße sein so eine Breite das wirkt dann eher so ein bisschen weird das sollte jetzt auch einigermaßen hier passen dass das funktioniert hier wäre hier eine Ampel ganz gut ich weiß es nicht die wollen halt alle von da irgendwo die wollen halt von irgendwo ist hier eine Ampel oder warum steht die hier so dumm herum hier ist keine Ampel warum stehen die da einfach random wir lassen das mal gut sein wir warum will immer noch keiner von den zur arbeit hier arbeiter wo will denn der hin der will hoffentlich nicht einfach wieder hier zurück ne leeren weg das ist hier der will schon da zur arbeit der ist echt ein bisschen geschissen oh da waren zwei arbeiter nice oh drei okay oh vier okay jetzt jetzt man muss nur ein bisschen Zeit geben und dann geht's ab zwei fahrzeuge oh speed stance express und eine neue tram oh das ist gut das schauen wir uns ganz kurz an und zwar tram edmonton wie wie schauen so die neuen tram vergleich aus und nicht straßen fahrzeug tram depot und zwar oh 25 das ist schon sehr gut viel besser ja nehmen wir die ersetzen wir einmal durch die das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel wie schaut's mit dem zug allerdings aus hier wäre ist dann auch die länge relativ interessant der ist nämlich 101 meter lang und der ist 203 meter lang und hat gar nicht mal so viel mehr kapazität ist deutlich länger und hat nur ein bisschen mehr kapazität hat er wahnsinnig viel leistung und zugkraft ja hat er also vor allen dingen leistung und kann halt schneller sein aber bin mir nicht sicher ob das so wahnsinnig intelligent ist weil so viel mehr Fahrzeuge brauchen wir glaube ich jetzt eh nicht ja wir müssen das aber oh Gott wir müssen das auf jeden Fall ändern ich würde sagen wir machen ab hier Autobahn und eine geht hier hinten hin und eine geht hier drüben hin dass das alles so ein bisschen besser funktioniert weil das ist so ganz geschissen oder wir stanzen einfach beziehungsweise wir wissen was wir einfach machen ich bin eigentlich ein voll Depp machen das ganze jetzt nochmal hier weg das ganze komische system hier ist das eine einbahnstraße jetzt eigentlich geworden das ist eine einbahnstraße das habe ich gar nicht so ein 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 echt echt eher dumm was ich hier mache was hundert mal intelligenter wäre ist wir machen jetzt hier raus zwei Landstraßen zwei normale nämlich und zwar die eine geht hier so weg in die Richtung die andere geht hier so weg in die Richtung beziehungsweise das machen wir dann vielleicht wirklich mit Kreisverkehr und zwar ähm hier so hier so und jetzt geht die hier mit einer Brücke oder theoretisch mit einem theoretisch wird das auch klappen dafür muss das nur ein bisschen vernünftiger von der Höhe und so weiter passen warum ist das eigentlich in der Höhe teilweise immer noch so ein bisschen weird genau einmal so und jetzt so und jetzt kommt das hier da rein oder eher da rein ja da rein ist vielleicht intelligent wobei ne da rein ist schon besser und das andere geht hier so jetzt tatsächlich auch in die rein und jetzt machen wir das einfach zu einer nicht einbahnstraße das hier können wir ruhig so lassen so da und jetzt schauen wir einfach dass das hoffentlich alles so einigermaßen funktioniert ich sehe jetzt schon dass das trotzdem nicht funktionieren wird weil wir es wahrscheinlich hier rüber machen müssen dass das funktioniert weil das immer noch es darf nichts von beiden so viel schneller sein als das andere damit das vernünftig klappen kann entsprechend lassen wir das hier so weiter gehen und dann lassen wir das hier reingehen und dadurch hoffe ich dass es jetzt sich einigermaßen aufteilt auf beide optionen schauen wir mal ob dem so sein wird einmal diesen und dann noch zweimal diesen könnten wir darauf eigentlich die autobahnauffahrt verwenden einbahn landstraße oh das ist so ein ding mittlere autobahn ne ähm so machen wir das und schauen einfach mal wie das jetzt so klappt let's see ihr seid gerade noch ein bisschen verwirrt das ist alles voll okay jetzt schauen wir mal hier hier glaube ich haben wir jetzt nicht groß was zum changen hier so ein kleines bisschen das besser ausschaut aber hier ist am ehesten so ein bisschen sehr komisch vom terrain ja es muss nicht perfekt sein aber es sollte jetzt halt nicht ausschauen es hätte da einfach irgendjemand halt eine Straße in die Landschaft gekleistert wie es in der Realität zwar manchmal ausschaut aber so besonders ein großer Freund bin ich nicht und wenn ich hier schon die Kontrolle mal dafür hab dann schauen wir dass das auch nicht kacke aussieht so wunderbar erstens es fahren viele hier aber es fahren auch einige da also von daher da würde ich schon sagen das passt jetzt erstmal so gut ich wollte die Güter eigentlich hier rüber bringen das war eigentlich bevor das alles hier komplett eskaliert ist mein Plan und zwar den hier zu machen der wahnsinnig hässlich so ist ich glaube dann ist hier eine Brücke drüber sogar am intelligentesten oder eine Brücke oder eher hier so einen Bahnübergang drüber ähm machen wir mal kurz den hier machen hier so eine kleine Absenkung auf das Niveau des Zugs jetzt schauen wir ob dadurch der Bahnübergang nicht ein bisschen schöner geht ja das schaut deutlich besser aus jo dann einmal den hier das wäre cool wenn der jetzt nicht so ganz geschissen wäre ich meine ja so ein bisschen so eine Kurve da ist okay aber jetzt nicht komplett ja top würde ich sagen und dann brauchen wir hier noch eine lkw abladestelle und let's fetz ach so nee wir brauchen beides weil wir wollen ja die pakete dann auch noch liefern stimmt und zwar so ja das öl hier brot weil das müssen wir dann bis an arsch der welt bringen das will ich jetzt nicht so dann ihr braucht hier pakete wo braucht ihr hier pakete äh hier so am ersten das heißt wir schauen dass wir hier so eine abladestelle machen hier ist noch ein bisschen komischer verkehr aber ich würde sagen das wird sich alles regeln hier pakete hier so in der straße da so würde ich sagen das passt da sind die meisten sage ich jetzt mal versorgt so und hier in Athabasca wollen die hier oh das ist super dass die gleich hier bei der straße da das wollen dann machen wir das gleich so so und jetzt brauchen wir ein paar LKWs und zwar einmal LKW unterstrich Öl und und zwar für für die Pakete und einmal brauchen wir LKW Pakete Ether und einmal LKW Pakete Edmo oder Edden und das sollten wir jetzt hoffentlich so hinkriegen und zwar brauchen wir einmal Öl für Pakete und zwar einmal von hier nach ganz hier drüben dann einmal die Pakete von hier nach Athabasca und einmal die Pakete von hier nach Edmonton und oh holy mother of Jesus der Kreisverkehr muss größer der muss größer ich glaube dann haben wir hoffentlich was gewonnen wobei kann ich kann ich den nicht eigentlich theoretisch einfach so vergrößern indem ich jetzt hier zum Beispiel einfach mittlere Einbahnstraße du bist schon eine mittlere Einbahnstraße fahrer mal so eine große Einbahnstraße oder sei gleich eine Autobahn eine einspurige eine große Autobahn oder würde ich doch jetzt behaupten wäre doch ganz gut oder schauen wir mal ob das jetzt irgendwas bringt zur not kann ich diese dreiteilige Autobahn ding machen aber vielleicht funktioniert das jetzt bisschen besser schau schauen wir aktuell aktuell schaut es etwas besser aus sag ich jetzt mal wir lassen das jetzt einfach mal seinen Gang gehen die Arbeiter werden gebracht sehr gut die Dinger sind jetzt alle korrekt eingestellt das bedeutet wir können einmal hier hoffentlich einen großen LKW auf die Öl Pakete ja das hier wird hoffentlich gleich besser werden ich werde auch noch sicherheitshalber einmal dicht klonen wobei ich weiß jetzt nicht ob die dann das nicht ein bisschen dadurch mehr verteilen werden hoffe ich mal schauen wir mal wie das wird das werden wir jetzt noch nicht machen und dann werde ich einmal hier Paketlieferungen mit diesen hier machen und zwar zwei werde ich nach Athabasca schicken und zwei werde ich nach Edmonton schicken und dann hoffen wir mal dass das so funktioniert hier fort McMurray das ist absolut kein Problem mit dem Verkehr hier das ist natürlich sehr nice hier die Züge machen was macht okay die lkws dürfen noch minus man von denen weiß noch kein schwein hier bus Athabasca die sind gar nicht so schlecht dabei eigentlich ja gut der arbeiter bus oh der hat gerade sehr viele Leute dabei gehabt sehr nice 16 Leute die bringt er von dort weg oder bringt er die zur Arbeit der bringt 16 Leute zur Arbeit der bringt einfach mal 16 Leute zur Arbeit nice hier die Terminals sind eh unterschiedliche Terminals okay ne sind beide Terminal 1 ne stimmt gar nicht der ist hier der ist hier okay das werden wir das ist so nicht so allzu geil werden den einen dann nach einer Zeit ein bisschen umdrehen lassen damit das ein bisschen mehr hier alles versorge das umende städtchen mit allem was das herz begehrt essen einkaufsmöglichkeiten und öffentlich im nahverkehr zwar haben alle hier ein auto doch ein noch besseres verkehrsangebot schadet nie okay öffentlichen verkehr haben wir aber wir müssen tatsächlich auch fahren und nahrungsmittel liefern das heißt wir brauchen definitiv auch nochmal hier für ein paar dudes die nahrungsmittel weil noch näher können wir keine nahrungsmittel produzieren ne nope können wir nicht äh okay oh da warten 103 leute gerade wo wollen die meisten davon hin fort mcmurray sogar also tatsächlich unsere züge sind doch gut gefragt besser als ich dachte ehrlich gesagt aktuell oh holy shit what the fuck okay wir brauchen hier was besseres und zwar was deutlich besseres als hier im kreis verkehr sonst sind wir richtig am sack aber ich würde sagen da schauen wir es beim nächsten mal an weil holy mother of jesus das hier müssen wir noch machen aber wir müssen hier erst mal können wir gar nichts liefern irgendwohin müssen wir das hier erst so ein bisschen verbessern ich glaube wir brauchen entweder einen riesigen kreisverkehr also so einen richtigen gigantomatischen oder alternativ brauchen wir wahrscheinlich ich ich glaube wir machen das so und ich mach das auch schon mal dass das ich mach das jetzt noch weil sonst komme ich damit gar nicht zurecht glaube ich wir brauchen nämlich hier diese t-kreuzung und ich glaube so auf die richtung wird noch mit am intelligentesten sein und zwar brauchen wir die dann so dass wir hier Landstraße einmal von hier dahin nehmen und jetzt das hier auf einer Autobahn ummünzen und zwar so das ist eher geschissen okay dann machen wir so damit das hier nicht so ist dass wir das dann hier noch kurz als eine große Landstraße titulieren das ist auch geschissen okay ich habe jetzt das ganze zu einer großen Landstraße gemacht das war sauinintelligent okay wie kriege ich das jetzt hin dass das nicht komplett Arsch ist das ist jetzt meine große Frage ich muss das auf hier einspurige ding machen und dann das so irgendwie zusammen kriegen so auf die richtung nur ich muss das halt ein bisschen besser hier das wird ja das wird ein Spaß das wird ja lustig noch oder mache ich das dann mit einem Kreisverkehr jetzt hier aber das ist auch geschissen ich sage mal so es gibt schöneres aber es gibt glaube ich nicht so viel was mehr funktional ist entsprechend müssen müssen wir das ja quasi schon so machen damit wir nicht komplett am sack sein wollen muss das irgendwie so hinhauen jetzt das ist echt geschissen ich hätte das wirklich gerne ein bisschen schöner gehabt aber aber okay ich glaube ich habe das diesen ding jetzt hier dieses grundgerüst ane geht noch macht okay es funktioniert schon es muss nur noch ein bisschen schön sein oder sagen wir mal so nicht pottenhässlich würde mir an der Stelle schon reichen let's see sage ich jetzt mal mein ja das hier ist ein bisschen hart hässlich gerade aber was willst du machen sage ich mal nur vielleicht das das schaut jetzt nicht super aus auch aber hey es schaut zumindest jetzt einigermaßen okay aus würde ich mal behaupten mit ein bisschen glück es darf sich nur nicht hier stauen das wäre auch Arsch ja wir müssen das aber jetzt hat zumindest mal der Verkehr in die Stadt ein bisschen besseren flow und der raus glaube ich auch zumindest etwas okay nicht den Tag vor dem Abend loben oh ich weiß wie wir das lösen das hatten wir schon einmal nämlich so machen das zu einer kleinen und jetzt kann jeder eine Spur für sich quasi nehmen bis hier vorne die sich einreihen müssen das ist aber auch geschissen oh ne das ist gar nicht geschissen so machen jetzt und zwar dass wir oh das ist jetzt intelligent was ich mache das wahrscheinlich 10.000 städteplaner in ihrem leben schon gemacht haben aber wir machen jetzt den hier funktioniere warum funktionierst du nicht du dreckst teil funktionier funktionier ok moin warum funktionierst du jetzt nicht ok also du funktionierst grundsätzlich du funktionierst nur gerade irgendwie bei mir nicht alles klar warum ist da der bau nicht möglich ah ok ok ich würde gerne zwei so dinge haben die da so zusammen führen so einigermaßen zu spitze winkel ne ihr versteht hoffentlich was ich was ich machen möchte ich ja ok ich glaube wir machen ich glaube wir machen das an der stelle anders in dem sinne dass wir das schon zu einer falsch dass wir das schon zu einer mittleren autobahn hier verwandeln und jetzt hier einen großen kreisverkehr machen holy shit so großer kreisverkehr ich weiß es heute wird es fast eine stunde aber das ist es mir gerade echt wert dass das hier nicht komplett für den sack ist so und zwar hier große landstraße hier ran hier die kleine oder mini landstraße können wir auch nochmal dazu holen wo ist so und jetzt hier einmal autobahntechnisch mittlere autobahn geht hier so weg sollte klappen jetzt geht eine mittlere autobahn außerdem hier so hin sollte klappen und jetzt machen wir den und den und mit ein bisschen glück funktioniert es so wie ich mir das vorstelle mein ja hier ist gerade relativ hier stehen die gerade quasi aber das wird sich hoffentlich ich jetzt in gründen die spawnen die hier aber das ist mir gerade ehrlich gesagt gar nicht mal so unlieb weiß nicht genau ob da jetzt alle die spawnen was ist denn jetzt hier das Problem was ist hier das Problem das ist doch nur ein Übergang von einer landstraße auf einer autobahn das kann jetzt ehrlich gesagt nicht so das wahnsinnige dinge sein ok jetzt fahren die weiter ok ich glaube hä ok sie die spawnen nicht mehr die werden zwar hier jetzt ein bisschen langsamer aber scheiß drauf jo das ist gar nicht mal ok hier sind die trotzdem hier sind die trotzdem noch so arschig weil das hier halt Moment Frage wenn ich das jetzt zu einer zweispurigen Einbahn mache ist auch nur die Rechtsabbiegerspur ok ich würde das sehr gerne haben oh ne ich würde halt gerne haben dass die hier nicht geradeaus weiterfahren können aber wie mache ich das ok das ist ein das ist ein Problem für wann anders ich bin gerade schon so gebrainfuckt von der ganzen Sache hier wir haben jetzt den Teil zumindest mal funktional hinbekommen den Rest schauen wir uns wann anders an das ist halt auch nicht so wahnsinnig hässlich aus gut enough gut bis zum nächsten mal bei transport 4 war 2 holy shit mir raucht der kopf bis zum nächsten mal sage ich tschüss leute 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 Vielen Dank.